Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode Leia Sophia 2. Wir befinden uns nun in Akt 5 Forever, nennt sich dieser Akt, also für immer. Und das Ganze scheint unter Wasser zu sein. Dieser Ort fühlt sich so vertraut an, als ob ich bereits hier gewesen wäre. Und doch kann ich meinen Weg nicht finden. Es muss einen Weg geben. Also kann ich den dran? Abgeschlossen. Ja, also jetzt genau das Schiff, da waren wir jetzt schon so oft an dieser Stelle, da mit dem Dings da. Und es scheint, dass da alles schon sehr lang unter Wasser steht, so wie das Ganze da ausschaut. Okay. Okay, Moment. Also wir haben versucht... Die Geräusche finde ich gerade echt ekelhaft. Versucht die Lili zu... also ihr zu höffen oder so. Ich kann mich gerade echt nicht konzentrieren. Ich finde das gerade irgendwie aufregend da. Versucht ihr zu höffen, aber sind dabei irgendwie gescheitert oder so. Süßes oder Süßes. Was? Nein. Süßes der Süßen. Oh Gott. Oder. Da steht nicht einmal oder. Ich habe halt oder gelesen. Süßes der Süßen. Gut. Bitteres für die Verbitterten. Gut, ich nehme lieber das Süß... Oh Scheiße. Aber ich bin doch gar nicht verbittert. Der schaut doch jetzt... Okay, Moment einmal. Der schaut jetzt ganz anders aus und der kommt daher oder was? Der schaut so aus, als wäre das... Er schaut aus, als wäre das das eine Monster. Also unser Vater. Und... Und... Ja. Okay, ich muss... dahin, wo es ausschaut. Oh la 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 la. Ah! Da schleicht die, Mann! Was? Ah! Okay, irgendwas checkiert oder gott, nicht? Okay, irgendwas checkiert oder gott, nicht? Okay, irgendwas checkiert oder gott, nicht? Ah! Entschuldigung, sagt man nicht! Ah! Na, hör auf jetzt! Gut, ich mache es einfach von da. Ich stehe mich da her und drauf der Seite. Ah! Mann, ich wollte das Spiel austricksen, aber es geht nicht. E-ckel-haft! Da! Das ist viel! Es ist nur ein Spiel! Ich habe jetzt echt keinen Bock, dass ich mich umdrehe. Ich möchte jetzt schauen, wie neu er da ist. Auf einmal kommt der Anker durch. Okay... Okay! Okay! Easy! Okay! Okay! Ich fühle mich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ah, ich kann es gar nicht abschalten, schade. Ja, den Spaß kennen wir ja auch schon. Das haben wir eigentlich alles schon mal durchgemacht. Warum steht die jetzt wieder oben? Die hast du vorhin gerade runtergerollt, oder? Tür um Tür. Alle fühlen sie mich zum Anfang. Alle fühlen sie ins Nichts. Ich kann nicht raus. Ich muss hier raus. Keine Sorge. Wir kämmern da schon raus, ne? Wir kämmern da schon raus. Ah, scheiße. Ich würde das alles so gern verstehe. Aber irgendwie so richtig... So richtig verstehe, da ist es noch nicht. Okay, das schaut doch mal... Es schaut einfach aus, dass der jetzt gleich da rauskommen, oder? Ah, das ist zum Einsamen. Das ist ein Poster. Okay, bitte sei nur ein Poster. Ich bin mir da ganz sicher. Poster, ja. Ist ein komischer Film, wo wir da mitgespielt haben, ha? Alter, Aufzug fahren. Finde ich ja eigentlich nicht so geil. Hä? Okay. So. Tolle Konstruktion von einem Aufzug. Sehr praktisch zum... Einsteigen und so. Oh nein. Oh Gott. Ah! Tschüss! Ah, das ist ein aufregender. Aufzug fort. Okay, ich nur raus. Raus! Ah! Aha, jetzt sind wir wieder in den tollen Funkraum. Okay, ich rufe mal Hilfe, ne? Wir hatten da jetzt so geschrien. A broken body can be rebuilt, but some wounds go deeper, so much deeper. So, Funkspruch wurde abgesetzt. Okay. Okay. Okay, naja, geht heute die Reise mal weiter, ne? So, jetzt sind wir wieder in meine Ecke, wo ich mich irgendwie sicher fühle. Okay. Oh Gott, das hat mich immer. Okay. Schauen wir mal. Jetzt sind wir da. Das war ja das, wo wir als Kinder geflüchtet sind. Und da ist es, glaube ich, um Essen gegangen, auf Essenssuche oder so. Wie lange ist das her? Ich kann mich nicht erinnern. Die Erinnerungen verschwimmen. Ich verliere die Kontrolle, werde immer dünner. Während Ess immer weiter wächst. Es lässt mich nicht los. Okay, verstehe das richtig? Wir kehren irgendwie... Also das, wo wir jetzt sind, ist ja jetzt schon ganz weit in der Zukunft. Also das heißt, wie soll ich das erklären? Also das, wo wir als kleines Kind da hergelaufen sind, ist ja schon weit hinter uns. Und wir sind eben jetzt wieder da zurückgekehrt. Ich glaube, die Theorie habe ich in einer der letzten Episoden eh schon geäustert. Dass wir eben da jetzt wieder zurückgekehrt sind und wir jetzt eben da wieder eingeholt werden. An den ganzen Erinnerungen. Und das Böse ist eben noch immer an diesem Ort. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach so drüber gehen kann. Vielleicht bin ich feuerfest. Vielleicht bin ich feuerfest und... Aber sind es da nicht lauter Leichen, was da liegen? Na ja, komm. Haha. Wäre jetzt sicher lustig. Liegt da vielleicht in der Dia oder so? Das wäre natürlich auch echt ein gemeiner Ort, um da jetzt ein Dia zu verstecken. Okay, ich kann da eh laufen. Ich darf nur da oben nicht ankommen. Okay. Aber Dia habe ich jetzt nicht entdeckt. Gut. Komm ich da hoch? Nö. Ja, dann gehen wir da rein. Hey, Leute. Da ist wieder der, was mit der Pistole da zieht. Wie, der erschießt mich da jetzt. Wie geht's euch? Freunde. Boah, das ist so ein... ...unangenehmes Gefühl. Kannst du es bitte lassen? Ein Anker, der mich hinabzieht? Oh Gott, ich habe so gehofft, dass die Verfolgungsaktor jetzt vorbei ist. Boah, Scheiße, das ist echt... ...Finster! So, was macht ihr da so? Ah, die macht... ...die feiern da den Kessel an, ne? Gute Arbeit, Männer. Weitermachen. Wir gehen dann heute jetzt gerade alles rückwärts, ne? Das euch dir jetzt auch schon aufgefallen. Ich glaube, ich hatte nie eine Chance, habe ich. Neither haben wir. Wir sollten nie so lange leben. Immer ist ein sehr langes Zeit. Geht Geht mit dem eigentlich gut retten hätte am retten keiner scheiße ich glaube das war jetzt aber gerade ein gespräch zwischen er und dem bösen so dass er gibt es gerade auf und lasst das böse einnehmen so auf die ort und er ist in grilla verbrennt was tun sie da die stimmung ist echt gut eingefangen muss ich sagen das war's to be my final work to reclaim what was lost to let go of the stolen fire to reignite the true flame but now the spark it is almost gone it is lost hopeless just like you also der typ was da immer redet mir kommt halt vor warum ist das so schwarz kommt mir zuvor wie naja unser unterbewusstsein so irgendwie was uns halt immer davon abhalten mag irgendwas neues oder irgendwie zu machen wo man halt dann sagt das schaffe ich nicht oder irgendwie so man macht sich halt selber eigentlich nieder und das sollte man ja nicht tun und der typ der was da immer redet da kommt mir genauso vor sagt die mei es ist hoffnungslos und wir schaffen eh nix und so aber auf solche stimmen liebe leute wir dürfen auf keinen fall hören sonst schaut man so aus wie der tschuldigung tschuldigung oh jetzt hab ich wieder so ein blöds update moment weg mit dir so das hat einem nicht so gefallen dass ich es gesagt habe glaube ich ok sonst schaut man so aus wie der und ist verwachsen mit der mauer äh licht bitte komm ich da durch oh man oh man oh man hey jetzt gehen wir alles wieder rauf folgen wir gerade auf ne wir sind ja immer die stufen runter gegangen und jetzt geht es bergauf liebe leute hey du machst du auch irgendein kunstwerk ok ne der sitzt einfach nur da aber hier gibt es war schon vorradel ne ja ja oh da liegt ja wer ah da kommt das geflüster her sie ist diese püdel was auch immer ok warum ist da vorradel oh jetzt hat es aufgekehrt oh shit ne flackerlicht was haben die gesagt ich weiß nicht ob ich so zwei puppen in so kleidern trauen soll aber aber schätze mal da vorne ist ja was schätze 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 oh gott was du schätze die frage ist na komm jetzt war gut da hingehen wie spät ist ok na starker man ok jetzt siehst du es wieder so ein Rätselding ja ja also kämpfen zwei oder gegeneinander wuchsen wuchsen alter ein klumpen aus händen und beine beine oh ach so da bin ich vorher auch zurückgekehrt oder ja ah schade ok jetzt haben wir gedacht ich hätte vielleicht da nochmal durchgekehrt hochgekehrt oh es ist nur ein körper was man her pflegt keine sorge okay ja ja ich gehe jetzt abgekehrt nein da hat wer captain geflüstert habt ihr das gehört oh er ist gefangen oh oh die spüe so gut wohin ich auch gehe folgt es mir ich kann mich nicht befreien ein gestaltloser schatten mein schatten er wandelt sich verändert sich genau wie ich aber nicht aber nicht jetzt gell ich schau mal ob die tür aufgeht ah die geht sogar auf und ich kann da noch probieren ah ok konnte ja gar nichts machen na gut mh 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 Untertitelung des ZDF, 2020